so stein 50 zack zack eigentlich brauche ich ja nur 50 gut und dann gehen wir halt darunter und lassen da ein bisschen stein da hier können wir auch noch gewürze hinhauen wenn wir das unbedingt bräuchten gewürze plantarien wird auch noch mal auf jeden fall reinpassen dann schaffen wir hier vielleicht schon mal gleich im weg also wer die stadt gebaut hat war schon ein bisschen doof naja egal so dich will ich nicht will ich jetzt erstmal nicht für den anfang reicht es uns zack zack und so für den anfang müsste es reichen wo ist das schiff da müsste es kommen die bilanz wird immer besser von mir so was geht jetzt zur neige okay tabak steigt langsam wieder die einkaufskosten müsste ich eigentlich reduzieren können so und dann wäre der alkohol auf jeden fall auf der sicheren seite der alkoholige gewürze der tabak müsste aufsteigen wir können das eigentlich mal probieren in dem wir genau fürs einkaufen sagen du kaufst nur bis zu einem lagerbestand von 30 tonnen alkohol wird auch nur gekauft bis zu einem lagerbestand von 40 tonnen so und dann sehen wir ja ob das drüber oder drunter ist gut und dann kann man hier jetzt endlich mal die steine ausladen einmal hier steine hoch so gewürzplantage einmal bämm und einmal so haben wir eine überschneidung nein das passt perfekt wunderbar so und dann können wir ja mit den restlichen steinen die wege verbessern und zum beispiel hier ein paar plätzchen machen okay würde ich den vielleicht mal hier rüber ziehen den darunter den darunter okay das waren schon wieder alle steine das heißt wir fahren mit dir wieder zurück zu unserer sammelflotte das nächste schiff ist im bau und dann bin ich mal gespannt okay tabak baut auf alkohol weiß ich noch nicht aber tabak wird auf jeden fall mehr stück für stück wird tabak mehr so wie schaut es mit gewürzen aus ja die gewürze sinken deswegen war das genau richtig da unten jetzt gewürze hinzusetzen wir können da unten natürlich jetzt noch ein bisschen also die effizienz von den gewürzen hier die ist ja für die tonne wobei die eigentlich gar nicht so schlecht aussieht gerade also besser als die von denen aber wir haben ja da eh die ganzen steine verbaut deswegen können wir da jetzt erstmal nichts weiter bauen so das hier ist wirklich für die tonne den hätten wir einen weiter rüber bauen können ach ja okay lassen wir jetzt aber trotzdem so wie es ist so und dann würde ich da oben da gibt es ja auch ein schiff dann würde ich da doch sagen bring doch bitte auch bäume mit denn wir brauchen ja unbedingt bäume stoffe sind nicht so das thema jetzt inzwischen ok alkohol und tabak erholt sich gewürze kommt jetzt dann auch wieder ok dann würde ich eigentlich hier sagen maritown erz raus tabak raus und holz raus und dann kannst du hier noch sagen holz rein wunderbar also meine stimme ist gerade meine 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 die sanges klänge klänge klang 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 sind gerade sehr äh wenig gut ok tabak erholt sich auf jeden fall alkohol weiß ich nicht so genau den sollten wir im blick behalten ich würde mal ganz gerne speichern jörg spielstand gespeichert boah haben die eine flotte eh aber das wird das wird echt ätzend wenn ich da gegen die vorgehen muss aber immer haben wir immerhin haben sie essen genug und dann sind wir 4 und dann sind wir die 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 Okay, Alkohol ist grenzwertig. Alkohol ist echt grenzwertig. Das heißt, vielleicht sollte ich wirklich da oben auch noch Wein hinbauen. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen sehr seltsam, weil ich eigentlich nicht mehr an Bevölkerung kriege. Weil die sind ja eh schon zu Ende entwickelt. Wie gesagt, das finde ich ein bisschen seltsam. Aber okay. Wenn ihr das so meint, dann meint ihr das eben so. So, dann kannst du mal da runter. Obwohl, ich könnte nochmal Werkzeug holen. So, also ich würde ganz gerne jetzt 50 Tonnen Steine, 50 Tonnen Werkzeug und dann nach da oben fahren. Und dann würde ich sagen, hier ist ja Wein, ne? Ne, hier ist kein Wein. Hier ist Wein. Auch nicht. War dann hier Wein. Irgendwo hatte ich doch eine Insel mit Hälfte Weintrauben. Da ist Tabak und Zuckerrohr. Oder war das eine leere Insel sogar? Das war Tabak. Da war Weintrauben. Ich dachte, ich hätte eine Insel mit Weintrauben gehabt. Mit 100 Tabak und 100 Weintrauben. Ja, das war die. Super. Die bringt mir ja wirklich gar nichts. Da sind wieder Gewürze. Ne, das ist für die Tonne. Da habe ich mich vorher so verschieft, so schief verguckt. Da wäre Zuckerrohr. Das heißt, das könnte man machen. Wir könnten da zwei Zuckerrohrplantagen hinsetzen. Und dann wird das Lebensmittelschiff halt auch Alkohol mitbringen. Weil wie gesagt, Alkohol brauchen wir echt. Okay. Ne, Alkohol ist echt unser Problem. Wieso sinken gerade meine... Ach so. Ich dachte, meine Bilanz sinkt gerade. Ne, meine Bilanz ist noch in Ordnung. Meine Bilanz ist noch völlig in Ordnung. Okay. Ähm. Aber ich bin gerade am überlegen, ob ich das wirklich machen will. Dass ich da drüben dann wirklich nochmal Zuckerrohr hinbaue. Oder ob ich nicht einfach sage, Pfeif drauf. Wir kaufen den Alkohol. So viel teurer ist der dann auch nicht. So viel teurer ist der dann auch nicht. Okay. Okay. Das Schiff würde ich eigentlich ganz gerne... Naja, egal. Okay. Da, 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 da. So, was wir jetzt halt machen müssen, ist wirklich, wir müssen eine Armada aufbauen. Und, äh, so wie ich das sehe, reicht uns eine 6er Armada nicht oder eine 8er, ich glaube, wir brauchen wirklich 10. Und dann müssen wir wirklich die Schiffe einzeln rauspflücken. So, momentan haben wir 3. So, ich kann die nochmal da hinfahren. Weil du bringst mir für meine Armada wirklich gar nichts. Dann waren wir hier, ne? Hier waren wir, genau. So, also kannst du raus, kannst du raus und dann würde ich mal hier schauen. Wir haben hier Zuckerrohr, dann hätten wir hier eine Zuckerrohrplantage. Okay, also hier könnte man eine Zuckerrohrplantage hinsetzen. Naja, Holz fehlt. Gut, dann geh doch mal bitte Holz holen. Haben wir ja jetzt genug. So, und da war's. So, also nochmal. Hier könnte man eine Zuckerrohrplantage hinsetzen. Und... Ne, nicht da. Auch nicht da. So. So. So könnte man eine Zuckerrohrplantage hinsetzen. Dann könnte man nämlich da wirklich hinzahlen. Ja, das ist gar nicht so blöd. Dann machen wir das doch mal so. So, hier ist Zuckerrohr. Also, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Sehr schön. Und dann würde mich mal interessieren, die nächste Zuckerrohrplantage käme dann dahin. Genau. Also, Zuckerrohr. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Schupp. So. Gut. Das einzige, was ich da jetzt natürlich habe an Dilemma oder an Problem ist Froggy. Also, wir bauen hier 50 Tonnen Holz. Die haben wir jetzt einfach mal. Dann kamen wir die mal da hoch. Wie schaut's mit dem Schiff aus? Das ist noch am Bauen. Ach ja. Meine Einnahmen schwinden. Aber am Einkaufen liegt's echt nicht. Es liegt eher an der Werft. so, wir speichern mal wieder. Gesichert. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen. Das ist gut. So, dann kannst du mal da hin. Wunderbar. Und dann würde ich mal sagen, hier, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das war das Falsche. 1, 2, 3. Ein Wassereinbruch hat einen Stollen überflutet. Dahin. Dorthin. Okay. Okay. Also, der ist auch hinüber. Dann würde ich immer sagen, tschüss. Und dann hatten wir ja hier noch einen, ne? Da war noch einer. So. Und der müsste ja dann... Genau. Also, das geht. Ich brauch nur das Zeug dafür.